Tag, heute ist Freitag, der 6. Mai 2016 und ich war waschen, habe mir einen Kaffee gemacht und sitze am Rechner und warum der Hund aufwählt ist, wenn ich die erste Runde mit dem Hund drehe, ist es auch gleichzeitig so ein wach werden, weil eben habe ich gemerkt, ich sitze im Rechner und stelle das Video und merke halt noch, wie man so müde, bedüselt ist, keine Ahnung. Also da war der Hund, also da ist der Hund auch von Vorteil. Ich habe gerade 92 Abonnenten und ungefähr 14% davon schauen meine Vlogs. Also, was heißt, die Zahl der Views sind halt ungefähr immer 14% der Zahl der Abonnenten. Dabei sind es wahrscheinlich nicht mal alles Abonnenten. Und von, ja, und ungefähr 10% der Leute, die das Vlog geschaut haben, ähm, interagieren, indem sie liken, disliken oder kommentieren. Und da muss man sich echt fragen, warum ich noch vlogge. Weil, ja, Feedback ist unsere Motivation. Und, ähm, wenn nichts kommt, dann kommt nichts. Dann, äh, ist auch die Motivation weg. Und zwar nicht mal die Motivation zu vloggen, sondern eher die Motivation sich hinzusetzen und noch die Videos zu schneiden, die ich gerade hinterher hänge. Ich muss irgendwie sieben oder acht Videos noch schneiden, damit ich wieder auf dem Laufenden bin. Und zu den sieben oder acht Videos kommt ja auch täglich wieder eins dazu. Also, selbst wenn ich heute eins schaffe, bin ich immer noch sieben oder acht Videos hinterher. Naja, ähm, also das ist ein bisschen, pfff. Ansonsten ist heute Freitag, Brückentag. Und ich, äh, hab vor ein paar Wochen, Tagen, Wochen, glaube ich, die Idee gehabt, mal zur Zecheriner Brücke zu fahren. Das ist die Brücke, wo ich immer rüberfahre, wenn ich die Insel verlasse oder auf die Insel wieder auffahre. Äh, die habt ihr schon im Vlog gesehen. Und mich praktisch auf die Festlandseite zu stellen, die Drohnen hochsteigen zu lassen und, äh, samt Brücke Sonnenaufgang aufzunehmen. Also, müsste ich ziemlich früh raus und so und dann da hinfahren. Naja, hätte sich heute angeboten, als Brückentag. Ja, allerdings weiß ich nicht mal genau, wie der Sonnenaufgang stand, dann wäre und ob das so passen würde. Naja, wie auch immer. Pfff. Ich hab heute irgendwie nicht mehr Bock zu filmen. Ich hab heute nix weiter zu sagen und ich muss irgendwie das Video fertig schneiden, was ich eigentlich heute um neun veröffentlichen wollte. und das noch nicht mal fertig ist. Jetzt um halb elf. Ja, zehn und dreißig. Es ist, naja, ich, äh, befürchte, das war's für das Vlog. Für dieses Vlog, ja. Vielleicht für das ganze Vlog. Das war's für das Vlog.